Ihr wisst ja, ich habe jetzt viele Rasierer ausprobiert. Für Intimbereich, für Gesicht und jetzt sag ich euch meine finale Stellungnahme dazu. Für den Hodensack und für den Intimbereich, dieser Philip OneBlade, heftig. Ihr hakt euch nicht, ihr hakt euch nirgendwo rein, tut nicht weh, krass. Der Wahl, der ist für mich ein Scherzartikel. Viele meinen, der ist heftig, bei mir bringt er gar nichts, diese Saubermacher ist gut, das war's. Aber der hier, Empfehlung von Nunzio, Rasierer meines Lebens, der ist zu krass. Heute ist ja Verkaufsaffene, ne? Ich guck mal ganz kurz. Bis wieviel waren die heute auf, weißt du das? Ich glaub schon, ne? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.